Hallo und willkommen zur neunten Ausgabe unseres Podcasts Zukunft zählt. In den aktuellen Folgen stellen wir euch unsere Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter Reinickendorf vor und damit auch die vielen verschiedenen Aufgaben, die es hier im Jobcenter so gibt. Und heute begrüße ich meine Kollegin Angelique Dormröse. Hi Tanja. Hallo. Angelique, möchtest du dich kurz vorstellen? Na klar. Ja genau, ich bin Angelique Dormröse und ich arbeite im Jobcenter Berlin Reinickendorf. Was machst du denn im Jobcenter Berlin Reinickendorf? Ach stimmt. Ich bin Arbeitsvermittlerin im Jobcenter. Ja. Sehr schön. Und der Grund, warum du vor allem heute hier bist, ist, dass du nämlich vor, ich glaube, erst ein paar Monaten ein Green Team gegründet hast. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist eine ganz coole Sache. Das Green Team, so wie der Name schon so ein bisschen sagt, setzt sich so für Nachhaltigkeit, Umwelt, grüne Themen einfach ein. Und ja, da wollen wir einfach unsere Kollegen im Haus ein bisschen dafür sensibilisieren, ja, nachhaltiger zu leben. Wir wollen dir ein paar coole Tipps an die Hand geben, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Auch ich erst im Laufe der Zeit jetzt kennengelernt habe. Ja, und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Es macht viel Spaß, es macht Laune und ist ein bisschen was anderes. Ja, das klingt gut. Kannst du ein paar konkrete Dinge nennen, die ihr vielleicht schon angegangen seid oder umgesetzt habt? Ja, also wir sind jetzt, wie du schon sagst, das ist das, vor einigen Monaten haben wir uns gegründet. Wir sind ein bisschen im Aufbau, aber natürlich haben wir uns schon Themen gewidmet, ne? Also wir haben so ein paar grüne Tipps einfach gegeben. Wie kann ich denn einfach Strom einsparen, mal das Licht ausschalten? Gerade auch jetzt, wo die Energie, die ganze Energiesituation auf uns zukommt, da vor allem erst recht mit so ein paar Tipps. Ja, Mülltrennung ist auch ein großes Thema. Ja, und das sind so Dinge, dem wir uns widmen. Aber vor allem ist es einfach Spaß und ein bisschen die Leute anreizen, sich damit zu beschäftigen. Ja, und ich höre da so ein bisschen raus. Im Grunde geht es auch nicht darum, da irgendwelche riesigen Dinge zu bewegen, sondern einfach, dass jeder einzelne Kleinigkeiten im Alltag tun kann, wie zum Beispiel das Licht ausschalten, wenn er aus dem Raum geht, die dennoch einen riesigen Beitrag dann insgesamt leisten, richtig? Genau, weil darum geht es auch am Ende. Keiner von uns muss jetzt morgen Vegetarier werden oder immer mit Fahrrad fahren. Nein, darum geht es nicht. Es ist eher so dieses, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind alles kleine Leutchen. Wir bewirken aber alle etwas Großes, weil wir haben alle auch ein Ziel. Ich kenne das selber, wenn ich manchmal vorm Wurststand stehe und überlege, naja, gut, lohnt ich das jetzt, die Veggie-Wurst zu holen? Oder möchte ich doch die Hausmannskost ein Regal weiter? Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man glaubt selbst gar nicht, wie viele Menschen an diesem Tage schon genau vor diesem Wurstregal standen. Und wenn jeder einfach weitergehen würde, weil er denkt, naja, das macht ja kein anderer, dann würde ja nichts passieren. Aber es machen unfassbar viele Menschen. Man bekommt es auch immer mehr mit in den Medien, überall. Es wird immer mehr an uns herangetragen, auch in meinem Bekanntenkreis. Die Leute fangen auf einmal total wild an, irgendwie nachhaltig zu leben. Das war früher nicht so stark wie heute. Man hat es auch nie so stark gespürt. Klimawandel, Hitze im Sommer, ne? Es ist einfach ein wichtiges Thema. Es wird immer präsenter, das stimmt. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass, wenn ich mir beispielsweise vorstelle, ich mache meinen Einkauf im Bioladen. Also da bin ich ja mindestens das Doppelte los, ne? Oder sogar die Veggie-Wurst kommt mir manchmal teurer vor als die normale. Und du hast uns aber heute fünf Tipps mitgebracht, wie man nachhaltig leben kann und dabei sogar noch Geld sparen kann. Und genau, die Tipps würden wir euch jetzt mal vorstellen. Und zwar geht's los mit Tipp Nummer eins. Der geht ums Bücherlesen, ne? Und gerade, also ich lese gerne Bücher und gerade alle Families, die Kids haben, die Schulzeit geht los. Schulbücher werden auch gefühlt immer teurer. Man kann Bücher gebraucht kaufen, egal welcher Art von Büchern. Sachbücher, Romane, Krimis, aber auch Schulbücher. Da gibt's so ein paar Internetseiten. Da könnt ihr euer Buch für einen schmalen Taler gebraucht kaufen und danach auch wieder verkaufen. Also alles ganz easy über eine Plattform. Das ist natürlich super praktisch, wenn man sogar wieder verkaufen kann. Und ich glaube, die schicken einem auch sogar so ein Versandlabel, ne? Da muss man noch nicht mal die Portokosten bezahlen. Das Einzige, was ganz gut ist, wenn du einen großen Karton zu Hause hast. Den hebst du dir einfach auf von irgendeiner anderen Bestellung und dann packst du da alles rein. Perfekt. Zweiter Tipp. Was hast du uns als zweiten Tipp mitgebracht? Mein Tipp Nummer zwei. Leitungswasser trinken. Viele Menschen rasen los in die Supermärkte, schleppen sich einen ab in den dritten Stock, um sich da die Plastikflaschen Wasser nach Hause zu tragen. Aber das brauchen wir alles gar nicht, denn wir haben Trinkwasser. Und ich verstehe, wenn der eine oder andere sagt, oh, schmeckt irgendwie ein bisschen kalkhaltig, kenne ich selbst. Es gibt auch so Wasserfilter, ne? Gar nicht mal teuer. Und meiner hält schon, ich glaube, ich habe den schon fünf Jahre. Und den stelle ich mir unter den Wasserhahn für mein Wasser rein und das schmeckt wie Wasser aus dem Supermarkt, ne? Also da geht's schon los. Und das sind Sachen, die kann man sofort umsetzen. Wir haben in Berlin auch so Refill-Stationen. Da, also entweder guckt man im Internet, ne? Oder man kennt irgendwann seine Lädchen. Die haben dann auch immer so einen kleinen Aufkleber an der Fensterscheibe. Da kannst du reingehen, hältst deine Trinkflasche hin und die füllen dir da Wasser auf. Ne? Ist auch vielleicht ganz cool, wenn man jetzt auch Kids im Sommer hat, die düsen umher und man denkt sich immer, oh, Mensch, Junge, trink doch was. Dann kann man denen schon sagen, achte drauf, neben dem See, da ist die Saladen. Dann gehst du da rein, wenn deine Wasserflasche alle ist und lässt dir Wasser reinfüllen. Wie sieht's denn aus mit Ernährung? Hast du dafür noch einen Tipp für uns? Es gibt, also zum einen muss ich sagen, finde ich es ganz cool, im Punkto Ernährung sich mal so eine kleine Challenge zu setzen, ne? Also wie ich schon gesagt habe, nicht jeder möchte auf seine Wurst verzichten. Versuch doch mal zwei bis drei Tage in der Woche als vegetarischen Tag einzulegen, ne? Und das kann ganz lustig werden, auch zu Hause, um zu schauen, wer hält denn durch. Und da geht's halt auch schon los, ne? Das sind wirklich so kleine Dinge. Und was auch super cool ist, was ich auf jeden Fall erzählen möchte, es gibt Foodsharing in Berlin. Da gibt's eine Internetseite, foodsharing.de. Da meldest du dich ganz easy an, Login-Daten, geht ganz schnell. Und dann werden auf dieser Internetseite Läden oder Leute oder Supermärkte in deinem Bezirk laden da quasi hoch, was sie nicht verbrauchen konnten. Entweder sei es eine Familie, die morgen in den Urlaub reist oder es ist ein Biomarkt oder Bäcker um der Ecke, die haben einfach zu viel Brötchen gebacken und die stellen das dann rein und dann kannst du das kostenlos abholen. Vorher schreibst du die an, fragst, ob noch alles da ist und dann gehst du hin und holst dir das Essen ab. Schmeckt wunderbar. Ja, super. Vorhin, wir sprachen über das Licht ausschalten. Okay, das ist jetzt relativ naheliegend, aber gibt's da nicht noch viel mehr, was man machen kann? Hast du dazu noch einen Tipp zum Energiesparen? Ja, schon. Also zum einen fängt es ja bei jedem selbst an. Man muss immer ein bisschen gucken, dass man sich selbst dazu animiert, dass man halt, wie gesagt, mein Lichtlein ausmacht oder wie auch immer. Da findet, wie gesagt, jeder so seinen eigenen Weg. Aber was vor allem richtig cool ist, das gibt für, ist allerdings nur für Sozialleistungsempfänger, ein Stromspart-Check in Berlin, auch eine Internetseite. Da kann man sich anmelden, entweder man ruft telefonisch an oder wie auch immer. Und dann kommt ein Energieberater zu dir nach Hause oder eine Energieberaterin und dann checken die deinen Haushalt ab, ob du da ja überall auch LED-Lampen drin hast, ob du irgendwelche Energiefresser hast, die man gar nicht braucht. Ja, und dann gehen die rum und die bringen sogar also LED-Lampen mit, wenn du keine hast. Und die bringen dir auch für den Kühlschrank so einen Thermometer mit oder Zeitschaltuhr und also alles so kleine Dinge, womit man doch schon ganz schön sparen kann, was man dann am Ende auch in der Abrechnung am Ende des Jahres sehen kann, definitiv. Und das ist ganz cool. Das glaube ich, weil gerade im Moment, wo ja die Energiepreise so hoch gehen, finde ich das einen richtig nützlichen Tipp. Also das ist, glaube ich, das kann sich richtig lohnen. Gut, dann haben wir noch einen Tipp, glaube ich, Tipp Nummer fünf. Mein Tipp Nummer fünf. Genau, und da geht es auch so ein bisschen schon fast in die Vorweihnachtszeit. Ja, gerade also ich jetzt auch für die Weihnachtszeit habe schon mal ein bisschen geguckt. Da kann man Seifen selbst herstellen mit Dingen, die bei mir zu Hause rumliegen oder was basteln mit den Kindern, irgendwas für Blumen, Blumenhalterung und, und, und. Also es macht echt Spaß und es lohnt sich wirklich, jetzt an einem verregelten Sonntag sich mal hinzusetzen und dann da was selbst herzustellen und gerne auch zu verschenken, gerade jetzt zu Weihnachten. Das heißt, man hat da ganz nachhaltige Geschenke, die auch noch günstig sind. Absolut, genau. Ja, super. Ja, also ich glaube, da habt ihr im Green Team schon ganz schön viel rausgefunden und das scheint eine richtig gute Sache zu sein. Und ich habe auch richtig Lust, das selber mal auszuprobieren und ja, sind gespannt auf eure Erfahrungen damit und vielen, vielen Dank, Angelique, dass du heute hier warst. Ja, gerne. Und so tolle Tipps mitgebracht hast. Also macht's gut. Ciao. Tschüss.